Es ist auch für mich wieder spannend, wenn ich sehe, dass es einen neuen Beruf gibt. Mir kommt es vor, wie als der Lackierassistent erst gerade entstanden ist. Und jetzt mit dem Garosserie-Reparateur habe ich wieder ein Gefäss mehr, das wir für unsere Firma nutzen können. Unsere Firma ist sehr personenintensiv, wir haben viele Teilbereiche bei uns und können unsere Arbeiten auch entsprechend aufteilen. Unter das ist der Beruf Garosserie-Reparateur für uns etwas sehr Interessantes als Ergänzung zum bestehenden Berufsbild. Wir haben mit dem Garosserie-Reparateur einen neuen Beruf. Das muss man sehen, es ist nicht eine schlechtere Version eines Autolackierers oder eines Garosserie-Spenglers. Im Gegenteil, wir wissen, dass die Tätigkeiten, das Berufsprofil bei uns hier gefragt ist und dass wir einen grossen Teil von unserem Auftrag mit diesen Personen erledigen können. Um das Interessanter ist für uns, die Personen auch anzustellen oder dann weiter zu beschäftigen. Wir haben die Möglichkeit, die Personen zu betreuen. Es ist eine Mischung zwischen Garosserie-Spengler und Autolackieren oder Beziehungsweise. Es ist sehr verwandt miteinander. Es ist eine eigene Ausbildung und wir erwarten auch, dass sie sehr selbstständig ihre Tätigkeiten ausführen können. Wenn ich jetzt meinen Betrieb und andere Betriebe anschaue, dann ist klar, dass wir mit dem Garosserie-Reparateur, mit dem Garosserie-Spengler, mit dem Garosserie-Lackierer und mit der ADS-Ausbildung ein riesiges Gefäß haben, das ich für mich nutzen kann. Es ist nicht nur, dass wir Leute suchen zur Ausbildung, die günstig sind in dieser Zeit. Nein, es geht eher darum, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mehr Leute in unser Gewerbe, in unsere Branche einzahlen können. Es ist auch immer schön zu beobachten, dass wir Leuten eine Ausbildung geben, die sie als Standard nutzen können. Und die Freude in unserer Branche wächst eigentlich eher mit der Ausbildung selber, sodass es auch viele Leute gibt, die eine zweite Ausbildung machen oder dann die erste Ausbildung ergänzend, also zur Folge der erste Ausbildung ergänzend, eine zweite Ausbildung nachziehen. Und bei den Garosserie-Reparateuren sehe ich eigentlich die gleiche Chance für die Personen. Und bei den Lackierassistenten, die wir sehr viele Ausbilder angestellt haben, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn sie gut sind, wir sie auch fördern können und wir in der Branche auch gute Personen haben. Also die Ausbildung selber ist nicht unbedingt der Inhalt, was sie später sind, sondern es ist eine Chance für sie, sich in unserer Branche eigentlich zu etablieren können. Und es ist auch eine Chance für mich, für meine Firma, die Personen nach einer Ergänzung zu meinem bestehenden Personal einzusetzen. Man darf natürlich nicht die Gefahren missachten, dass wir nach wie vor Autolackieren und Garosserie-Spengler brauchen. Es ist eine Ergänzung, das muss man sehen. Also wenn man eine kleine Firma ist mit zwei Garosserie-Spengler und jetzt ein Garosserie-Reparateur einstellt, kann man natürlich die Ferienabwesenheit nicht mit einem Garosserie-Reparateur vollständig ergänzen. Das sind halt wichtige Hinweisen, die man halt einfach beachten muss. Aber wir haben so jetzt eine sehr gute Ausgangslage, dass wir in allen Bereichen, in denen wir zukünftige Tätigkeiten ausüben, Möglichkeiten haben, Personen zu rekrutieren. Und dann ist das ganze Koth-Spengler. Aber wir müssen es aus dem Koth-Spengler und dieser Koth-Spengler, Und das ist das für die Koth-Spengler.